ARD Text im Auftrag von Funk Wow! Wow! Wer hat denn diesen Boden verlegt? Ich bin Lukas Knetsch und arbeite bei der Firma Oberzocher in Stadtlund als Parkettleger. Die Arbeit mit dem Holz macht sehr viel Spaß. Der Parkettleger ist eine feste Ausbildung und hat überhaupt nichts mit einem Tischler oder Schreiner zu tun. Es ist eine eigenständige Ausbildung. Die Ausbildung zum Parkettleger dauert drei Jahre und nach Abschluss der Ausbildung hat man relativ viele Möglichkeiten. Man kann sich weiterbilden zum Holztechniker, man kann seinen Meister machen. Ich persönlich bin jetzt seit Januar angefangen mit meinem Meister als Parkettleger. Die Berufsschule befindet sich in Gelsenkirchen und man geht dort im Blockunterricht hin. Das sind dann immer drei Wochen am Stück und das ist dann so viermal ungefähr im Jahr, wo man dann nach Gelsenkirchen muss. Das Geile an diesem Beruf ist einfach, wenn man zum Beispiel ein Wohnzimmer fertig gelegt hat, man ist abgeschlossen mit der Arbeit, man hat die Baustelle gereinigt, die Sockelleisten sind angebracht. Wenn man dann einfach in dem Wohnzimmer steht und sieht, das habe ich jetzt geschafft in meiner Arbeit, meiner Kraft. Als Lehrling hat man 30 Tage Urlaub im Jahr. Man arbeitet acht Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche. Im dritten Lehrjahr verdient man so um die 750 Euro. Ja, man ist jeden Tag unterwegs und man weiß auch nicht, wenn man morgens losfährt, man ist auf der Autobahn Richtung Ruhrgebiet und man weiß gar nicht, zu welchen Kunden komme ich jetzt? Wie sind die Gegebenheiten? Wie sieht es dort aus? Sind die Leute nett? Ja, das Team, das ist ganz jung aufgestellt, ein paar erfahrene Leute dabei sind und einige Jahre dabei sind, aber auch ganz junge Leute. Ja, es ist halt jeden Tag wie so ein Abenteuer. Okay, wir fahren los. Wir sind jeden Tag unterwegs und jeden Tag erwartet uns was Neues. Ja, da wir halt im sehr exklusiven Bereich unterwegs sind, kommt es auch wirklich auf die ganz kleinen Feinheiten drauf an. Wie arbeite ich das Holz an die Fliesen an oder stehen da runde Säulen im Raum? Wie arbeite ich da an? Ja, Maschinenpark. Also jeder. Wir haben hier acht Bullys bei der Firma Oberzaucher. Mittlerweile sogar jeder Bulli zwei Cups sägen. Wir haben Platz in unserem Team. Für dich. Ein Plan für ein cooles Leben mit Firma Oberzaucher. Bleib bodenständig. Bleib bodenständig. Bleib bodenständig. Bis zum nächsten Mal. Wir sind zehn Jahr dah establishen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. P §